So, für einen guten Tag. Ich bin hier nicht eingesperrt, aber zum Friseur darf ich auch nicht, denn wir haben Februar 21, das sind harte Zeiten und wo früher Wein stand, steht heute Schnaps und wir haben jetzt bald Valentinstag, ein Tag der Liebe und in der angespannten Zeit wollen wir jetzt natürlich was landen, was etwas Harmonie für ein paar Stunden in die Wohnungen bringt und deswegen machen wir heute eine total sexy Zitronensuppe mit Garnelen und Brokkoli. Liebe Männer, das klingt jetzt nicht so wie ein Leibgericht von euch, aber für die Frauen müssen, wollen, tun wir das machen, denn es ist ein Sonntag dieses Jahr und wir können damit wahrscheinlich einen richtig schönen Tag landen. Also folgt mir.